Nummer 35, Santorin. 2018 geborener Wallach von Secret, Dancier, Earl. Aus der Zucht und im Besitz von Klaus Hermann Ehlen aus Wallenhorst. Zahlreiche Siege und Platzierungen in Reitpferdeprüfung sowie in Dressurpferdeprüfung der Klassen A und L stehen bereits auf dem Turnierkonto von Santorin. Er empfiehlt sich als reiterlich bestens vorbereiteter Sohn der Secret mit einer hohen Versammlungsbereitschaft und ausdrucksstarker Galoppade. Der Vollbruder der Mutter, Dandy von Doncier, feiert mit Laura Soddemann internationale Erfolge in der mittelschweren Klasse. Number 35, Santorin. A gelding born 2018. He is by secret, Doncier, Earl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020